Vielleicht gibt es ja jetzt eine geringe Chance, wobei das bei einem Redvention echt gering ist. Ich laufe auch noch mal ein Stückchen weiter. Da wird aber wohl nichts passieren. Das wäre schon fast absurd. Absurd wäre das. Ich laufe da jetzt trotzdem mal hin. Scheint aber nichts zu passieren. Ja, hätte ja sein können, ne? Dass sich da jetzt einfach mal so Spaß ist, haben wir einen Vulkan generiert. Da hätte man da super ne U-Bahn, äh Quatsch, doch ne U-Bahn so schön durch den Vulkan durch. Das wäre Hammer, schon fast. So, ohne Scheiß jetzt. Ja, also die Redvention macht es halt so, wie es vorher gewesen wäre, sprich... Ja! Als ob da, wo ich die erste gesetzt habe. Oh Mann, Alter. Wer hat gesagt, die armen NPCs? Das kannst du nun jetzt noch mal wiederholen. Alter. Hallo. Na? Dunkel hier drin. Mach mal die Jalousien auf. Ja, ich würde sagen... Also... Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, ne? Das war die andere. Das heißt, ich hatte hier ja auch eine Redvention gesetzt. Das bedeutet, hier könnte jetzt auch noch was passieren. Ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird. Weil ein Vulkan ist mehr als genug. Ich hoffe, es ist sicher... Aber du hast mich nicht zu...